Herzlich Willkommen im Dithmarscher Landesmuseum. Dieses Haus, das seit fast 150 Jahren alles sammelt zur Geschichte und Kultur Dithmarschens, nimmt Sie mit auf eine Zeitreise durch fast 1200 Jahre Dithmarscher Geschichte, Lebensweise und Kultur. Diese Zeitreise ist seit dem letzten Jahr auch virtuell möglich. Da das Museum umgebaut wird, haben wir den Ist-Zustand der kompletten Dauerausstellung als 3D-Scan festgehalten. Die entstandenen Rohdaten stellen wir euch jetzt für neue Projekte zur Verfügung. Ihr bekommt von uns die Punktwolke, die Texturen und das aus diesen Daten bereits generierte 3D-Modell. Bei Bedarf versorgen wir euch auch gerne mit inhaltlichem Material, also beispielsweise unserem Museumsführer oder dem virtuellen Rundgang auf unserer Homepage. Wir wünschen viel Spaß beim Design, Coden und Ausprobieren und sind schon gespannt, was ihr daraus gemacht.